Yo, hier bin ich wieder mit Let's Play GTA San Andreas und es geht auch schon weiter mit der nächsten Mission, die ich leider nicht weiß. Ne, wir werden erstmal angerufen. Wer will denn was von uns? Fick dich! Aschenbecher. Danke. Danke für den Aschenbecher und danke für das Feuerzeug. Das wäre ein großer Fehler. Hörst du mich? Wir schauen dich. Ich werde dir das Wasserfall. Ja genau, whatever you say, bitch. Okay, wir machen die nächste Sweet Mission. Cleaning the Hood. Man, all I care about is smoking and money. You can't knock the homies' hustles, Sweet. Even Mark's ain't soldiers? They idiots trying to beat businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you been busy. These chumps from the Ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Mm-hmm. Yeah. Big Bear is just a crack nutter and hooder and what weiss ich sonst noch. Das ist total die Flasche jetzt geworden. Aber okay, das seht ihr ja gleich selber. So. Jetzt läuft schon wieder auf meinem Radiosender, also wo meine Musik laufen sollte, Werbung. Ich mach mal kurz einen Schnitt, dass ich hier mal das klären kann. So, ich hab's geklärt und schon läuft Eminem im Hintergrund, Mann. So. Schauen wir mal bei B-Dub und Big Bear vorbei. Big Bear. Big Bear. Can you see? Can you see? Okay, man. Let's see. Yeah, this is right here. Open up. You sure he still living? Bull, I told you this is it. Open up. Who the fuck is it? CJ. The fuck do you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, Mann. What happened to The Life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here for you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear, Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, or what? Nah, I only think Bear give a fuck about a smoke and he keepin' my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfuckin' toilet spa. Oh, no, man. Man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk. Hey, nigga, fuck you. Man, das ist so eine geile Sprache. Get the fuck out of here, punk, nigga, und was noch alles, ey. So krass. Natürlich. So, ich brauch jetzt... Ach, ich hab mir ja vorhin im letzten Video... Vorletzten Video? Vorletzten Video hab ich mir ne scheiß Knarre besorgt, also ein Strohgewehr. Wir nehmen ne kurze Abkürzung. Kurze Abkürzung, das ist auch gut. So. So, jetzt knallen wir den... Oh, der ist schon wieder ein Bulle, das gefällt mir gar nicht. Strohgewehr raus und... Ja, what you need, man. Halt die Fresse und stirb, du Penner. So, das war's auch schon von dem. Schwanz. So, ich weiß, ich weiß, das ist Katz. Ich weiß, das ist Katz. Hier ein Punk, der hat sich zu run with a four-year-baller OG from Idlewood. Komm, in die Fresse treten, ne. Habe ich doch gesagt, in die Fresse treten. Gut, ich kenn das Spiel auch schon. Äh, äh, klingelt das Telefon und... Mosse! Rangehen. Danke. Ich kann gerade nicht, ne. Also. Hier geht's ins Crack-Haus rein. Crack-Höhle, okay. Oh, 30 Schuss in meiner Uzi drin. Ob das reicht? Naja, gut, für diese Punks reicht das ganz leicht. Die gibt einen Blowjob im Hintergrund. Und alle hingucken, Blowjob im Hintergrund. Okay, hoffentlich habt ihr's gesehen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Crack-Haus geht runter, ja, fuck you all, ey. Ja, genau. So. War's das schon? Sind die alle down, oder was? Ey, du Schlampe. Putz dir den Mund ab. Bam. So, in die Fresse. Alter, der ist so... Was ist mit dir los, ey? Du bist fertig, Mann. Bam. Gut, okay, das ist jetzt nicht besser wie die Call-of-Duty-Mission auf dem Flughafen, was ich hier mache, aber... Was soll's, das sind alles Ballers, die sind gegen mich, gegen Grove Street. Fickt euch. Du bist eine Schlampe. Okay, die liegt hier willig auf dem Boden, aber... Ne, ich hab jetzt gerade keine Zeit. Ryder, geh aus dem Weg, oder ich muss dir eine Kugel verpassen, ey. Oh, da sind die Bullen. Dummer Bulle, ey, ich will deine Pistole, danke. Zwei Fahndungssterne, das macht gar nichts. Die werden wir ganz leicht los. Die werden wir hier den Zaun platt fahren, ja, und dann umdrehen und dann Gas geben und dann zurück zur Grove Street. Oh, man, ich glaube schon wieder so viel Dreck. Egal. Zurück zur Grove Street. Okay, hier werden wir auch schon. Okay, hier werden wir auch schon. Man, das ist so eine Gangstersprache. Ist so heavy, ich nehme mir jetzt mal das Auto, weil... Wegen was wollte ich gleich nochmal das Auto? Ja, genau, ich hole mir jetzt eine... Ich weiß jetzt gar nicht den Namen von der Waffe. MP5, MP4? Kann das sein? Auf jeden Fall hole ich mir die jetzt mal. Wenn ihr sie seht, könnt ihr mir als Kommentar schreiben, wie sie heißt. Ich glaube, MP5. Ja, ich denke, dass es eine MP5 ist. Oder MP4 ist ja eigentlich dasselbe, bloß in grün. Das interessiert er jetzt eigentlich nicht. So, mein Auto stelle ich jetzt hier hin. Ihr seht dann gleich, warum. Ich habe so ein bisschen abgefuckt, geparkt, aber egal. So, mit der Uzi kann ich nichts anfangen, die werfe ich jetzt weg. Hol mir dafür eine MP4. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wo ist denn die... Da ist sie. Ist doch eine MP4, oder? Oder eine MP5. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, ich jump jetzt auf mein Auto drauf, dass ich nicht so viel... Falsch geparkt. Ich habe es doch gesagt. Eigentlich müsste ich jetzt nichts, äh, keine Energie verlieren, aber ich habe es falsch geparkt. Der Ballers geht hier voll ab. Ist mir auch egal. Der Bulle... Jetzt guckt euch das mal an. Der Bulle steht daneben, während der Ballers hier irgendwelche Leute abknallt. Ja, das ist mal eine Kaine, ne? Tolle Sache. Tolle Sache. Kannst du dich bitte von der Straße verpissen, wenn du nicht Auto fahren kannst? So, im Hintergrund läuft Linken Park. Das Lied ist auch sowas von genial. Oh, lecker. Egal. Also. Das war es auch schon wieder von dem Video. Ich fahre hier die Leute grundlos platt. Egal. Das war es von dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Video wieder. Das ist immer so ein geiler Spiel. Also. Bis dann.